Das ist das Ende der Witcher-Serie. Pünktlich zum Beginn der Dreharbeiten der vierten Staffel hat Netflix nun bekannt gegeben, dass schon nach der fünften Staffel und nicht wie vorher geplant nach der siebten Staffel Schluss ist mit The Witcher. Des Weiteren gibt Netflix bekannt, dass nicht nur die vierte, sondern zeitgleich die fünfte Staffel produziert wird. Nach dem Ausstieg von Henry Cavill wurde für die vierte, fünfte Staffel Liam Hemsworth verpflichtet. Ob das nun ein Grund für das frühe Ende ist, bleibt Spekulation. Was haltet ihr davon? Schreibt gerne in die Kommentare. Und wenn ihr nichts mehr rund um das Thema Serien, Film und Gaming verpassen wollt, folgt diesem Kanal.